Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist der Riem. Jetzt geht's weiter mit Welterfolgkraft. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Jawoll. So, wie werden wir heute? Erstmal alles wieder auffrischen. Wie werden wir heute hier im Rotkampgebirge weitermachen? Und zwar in diesem Bereich. Ich bin gerade am überlegen, wie wir am besten hinkommen. Mal gucken. Post habe ich nicht. Ob wir jetzt nach unten oder hier oben längs. Ich würde mal sagen, oben links. Aber unten ist sicher, ne? Weißt du was? Wir machen unten rum. So machen wir das. So. Zack. Das war nicht so clever gewesen. So. Ich werde mich auch nicht hier großartig aufhalten. Ein paar Filter. Die brauche ich jetzt aktuell nicht mehr. Jetzt werden wir den Weg hier folgen und dann kommen wir da schon hin, wo wir hinwollen. so. Da oben müssen wir lang. Da müssen wir hin. Aber da müssen wir doch hin, oder? Hm. Bin mir gerade nicht so sicher. Ich hätte den einen versaubern müssen. Ja, alles gut. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Na, siehste mal. Da müssen wir doch lang, oder nicht? Da müssen wir doch lang, oder nicht? Da müssen wir uns rein. Oh, ich gehe jetzt bergab. Lass uns mal hier ein bisschen was essen, oder ein bisschen was trinken. und dann müssen wir uns mal überlegen da müssen wir doch lang oder nicht ja in diesen bogen müssen wir hin vielleicht wäre diese wege doch besser gewesen der kunst schafft er hat das nicht gesehen glück für uns sehr schön ein bisschen dichter ja 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 so rein rhein-deutsch können wir nach sturm wind um unsere saubern aber zu erlernen bessere sauber vielleicht das war alles ein fehler das war alles ein fehler jetzt werde ich sterben jetzt werde ich sterben ich wollte aber hier müssen wir doch hin oder nicht ja klar müssen wir hin kriegen wir hin ein verwandeln und dann kriegen wir das schon alles hin zack trinken und essen ja ja ich bin außer reichweite das ist so nein du brauchst nicht größer werden also komm heran junger Mann ich muss näher rennen ich muss näher rennen ja ich muss näher rennen ich muss näher rennen ich muss näher rennen ich muss näher rennen und trinken Da kriege ich die Mittelnachtskugeln her. Das ist gut. Ich sehe gerade, ich habe mich noch gar nicht gebuffst hier. So. Ja. Ich trinke hier auch noch einen Schluck und dann geht los. Dann geht es weiter. Ja. Gut. Haben wir das auch geregelt? Ich weiß nicht. Kommst du jetzt auch? Du siehst das gar nicht, ne? Nö. Das ist zu weit entfernt. Hm. Was ist hier denn passiert? Viele Skelette liegen hier rum. Weiß ich bloß nicht. Ich werde was trinken. Ich brauche ein Ziel. Äh. Hier hast du dein Ziel. Ich bin hier drin. Faktiv. 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 Feaktiv. Faktiv. 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 Nein, das Versuch wird halt nichts. die muss ich ja auch killen der 24 elite den muss ich ja auch killen ob ich das hinkriege jawoll kriegen wir doch alles irgendwie hin einmal buffen bitte ich weiß nicht ob das eine gute idee ist elite ist bestimmt stark da komme ich noch mal wieder wir werden uns wieder sehen woher kriegen wir diese schatten anhänger jetzt bohren sie wieder hier oder was muss schnell sein ich muss jetzt schnell sein ich muss jetzt schnell sein essen trinken oh man sagt die uhrzeit ja knapp 14 minuten so werden jetzt den zauberer hier nur mitnehmen so sehr schön es ist die frage kommen wir hier irgendwie durch sie nicht mich da muss ich hin da unten muss ich hin ich gehe das hin ich bin jetzt mal wahnsinnig ne ich bin jetzt blauäugig ihr seht mich nicht die haben mich gesehen keine gute idee ja ja irgendwie kriegen wir das doch hin das ist zu weit entfernt das ist zu weit entfernt ja alles gelb ne das ist am das ist wirklich da das ist wie das ist alles das ist da wenn das ist wirst nicht genug mana, ja dann trink was ja na 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 hab ich dir das erlaubt das sind zu viele ne, ja das sind zu viele sieht er das? nein sieht er nicht ich könnte wieder eng werden hier zehn sieben immer mana, ne? hab immer diese mana problem so jetzt warten wir die zwölf sekunden, hier geht es noch ab vier, drei, zwei, eins, los von da oben haben wir ja runter geguckt sehr schön sechs von zehn hier war noch erdwurzel nehmen wir natürlich mit ne da unten wollen wir jetzt nicht lang gehen wir hier vorsichtig vorbei gucken wir mal wo wir jetzt hier langskommen das ist bloß einer hoffe ich zumindest so da ist noch einer hier ich muss näher ron ich muss näher ron ich muss näher ron nein 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 Ah, 26. Da brauche ich gar nicht hin. Diese Fangorsus-Tüten. Hm. So, ja, 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 ja. Das hast du jetzt hier immer. Tollwut. Ist das ein Fluch? Ne, leider nicht. Stärke. Äh. Jetzt muss ich wieder was essen und trinken. Und dann fehlt uns jetzt bloß noch ein Anhänger. Und dann haben wir es. Ja, das sieht gut, alles gut aus. 2, 1, 0. Könnte gefährlich sein. Das ist zu weit. Äh. Der andere zieht das nicht gut. Das bringt nichts, ne? Was macht so viel Mist? Los. Das war ja... Ein Satz mit X. Ne, das so wird das nix. Was mache ich für heute? Für ein Mist hier. Na ja. Wird ein bisschen teuer werden. Alles auf gelb. Zack. Da ist wieder einer. Sprich könnte rein theoretisch. Rein theoretisch. Ja, so gehen. Ich brauche bloß noch einen. Ich brauche bloß noch einen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Dauert jetzt ab. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. B. Hier. Abflug. Ja, gut. Super. Haben wir es. Dann gehen wir das alles mal ab. So. Gehen wir einmal hier rein. Das kann ich folgen. So. Das Gericht von Seenheim weist Ehren euren Einsatz für die Gerechtigkeit zu schätzen, Malkan. Indem ihr die Gesetze des Königreichs durchgesetzt habt, habt ihr auch der Gerechtigkeit in diesem Land einen Sieg erscheint. Eure Reisen sicher sein. Hm. Okay. Das war ja nicht viel. So. Lass uns mal schnellstmöglichst einmal reparieren. Die Gerechtigkeit in diesem Land. Aha. Ne. Braucht die Gilder für nicht. Man sieht sich. Man sieht sich. Sehr schön. Das Licht sei mit euch. Schattenmagie. Wie verläuft eure Kampf gegen die Schatzensaurer? Aha. Ich danke euch, Malkan. Ich werde diese Kugeln umgehend ihre Beseitigung durchführen. Seid vorsichtig. Ja. Ruf bekommen. So, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. In der nächsten Folge werden wir wieder in Dunkelheim, wieder einen Besuch ab. Oder was ist das hier? Eins. Kopfgeld. Kriegen wir da schon hin? Ah, Level 25. Wir sind 24. Hm. Was müssen wir da machen? Nur töten. Okay. Mal schauen, was wir nächste Woche machen. So. Dann bin ich jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß auf meinem Kanal. Lasst mal eine Bewertung da. Und jetzt bin ich wie weg. Tschüssi. Und Tschüssi.